Das haben wir nicht zu entscheiden. Ich werde es tun. Tut mir leid, aber nein. Warum verschwendet ihr Zeit? Geht zur Basis der Justikare und holt diese Holodisk. So, mal schnell einen Blick auf die Karte werfen. Oh Mann, das ist echt riesig hier. Und wir haben immer noch keinen Gleiter oder irgendwas, womit wir uns schneller fortbewegen können. Das ist echt schade. Sehr, sehr schade. Da hinten ist auch wieder Kristalle. Muss ich erstmal an Disney verweilen. Bonus, besiege Justikare. Das ist ja alles. Das ist schon erstaunlich, wie viel Arbeit die Entwickler in dieses Spiel gesetzt haben. Ich meine, wie viele Gruppierungen es hier gibt. Los, schnell die Sammeln ein. Hopp, hopp. Also hier gibt es ja die Justikare. Dann die Bande der Schwarzen Sonne. Und weiß ich, was hier noch alles kommt. Auf Ort Montel, da hatten wir ja die Separatisten. Die bösen Separatisten hatten wir. Oh Gott, hier gibt es ja wieder Missionen. Was sollen wir mit diesen ganzen Missionen? Ein Soldat? Sondereinheiten? Sauber! Genau so jemanden brauche ich. Mein Name ist Paus und ich bin Journalist. Der einzige Journalist hier unten, der unerschrocken die Wahrheit ans Tageslicht bringt. Ich bin etwas Großem im Zusammenhang mit den Justikaren auf der Spur. Ich öffne allen die Augen für ihre Tyrannei und Unterdrückung, damit ganz korusant sieht, wer sie wirklich sind. Ein edles Ziel. Wer sind diese Justikare? Wie auch immer. Was wisst ihr über die Justikare, Paus? Ihnen geht es allein um den Missbrauch ihrer Macht. Sie sind der große Kerl, der den Kleinen unterdrückt. Ich arbeite gerade an einer großen Enthüllung. Unrechtmäßige Festnahme, illegale Inhaftierung und juristisch unbegründete Hinrichtung. Der Beweis liegt jedoch außerhalb meiner Reichweite. Ich brauche einen furchtlosen Helden, um ihn zu beschaffen. Ich brauche euch. Ich helfe gerne. Warum ich? Auf keinen Fall. Viel zu gefährlich. Warum ich? Weil ihr der Richtige seid. Ihr seid mutig und stark. Ihr seid all das, was einen Helden der Freiheit und der Gerechtigkeit ausmacht. Rickale Lisannis, der Sohn einer wohlhabenden Familie, wurde ohne Erklärung und ohne Gerichtsverfahren festgenommen und exekutiert. Er ist der Schlüssel. Das Bindeglied. Das schmutzige kleine Geheimnis. Niemand spricht über Rickales Tod. Weder die Justikare noch seine Familie. Absolut niemand. Ich brauche die Fakten also direkt von der Quelle. dem Turm der Justikare. Und da kommt ihr ins Spiel. Ich bin immer einsatzbereit. Was muss getan werden? Warum sollte ich das tun? Infiltrieren, suchen, mitnehmen. Verstanden. Wonach suche ich? Befragungsdroiden. Sie sind der Schlüssel. Die Justikare setzen sie rund um die Uhr ein. Und sie zeichnen alles auf, was sie sehen. Findet den Droiden, der Rickale aufgezeichnet hat. Zertrümmert ihn und reißt seinen Speicherkern heraus. Ihr könnt den Kern mit den Computern der Justikare überprüfen, um sicher zu gehen, dass es der richtige ist. Ich kümmere mich darum. Warum prüft ihr nicht... Äh, Mann, was ist denn heute los? Warum prüft ihr nicht... Ihn nicht? Gott, ey. Ich glaube, ich muss gleich mal ne Pause machen. Muss erstmal was essen. Ich bin aufgestanden. Und... hab gleich losgelegt mit Zocken. Aber egal. Das kann ich nicht tun. Kann ich euch den Kern nicht einfach bringen und ihr überprüft ihn? Könnt ihr das Ding nicht lesen? Und wenn ihr mir den falschen bringt? Wollt ihr euch dann wieder reinkämpfen? Na gut. Bringt mir die Aufzeichnung, sobald ihr sie habt. Und wir zeigen Coruscant die Wahrheit über diese Justikare. Viel Glück! Viel Glück! Vielen Dank! Vielen Dank! Sucht im Turm der Justikare nach Befragungs-Druiden. Und findet die Aufzeichnungen von Recaine. Sie müssen irgendwo im Inhaftierungsbereich sein. Für die Freiheit... Gebt gut auf eure Waffen, Acht, Lieutenant. Im Justikar-Gebiet ist jeder scharf darauf. Agent Reed Ganton. Strategischer Informationsdienst. Habt ihr hier unten etwas Ungewöhnliches bemerkt? Etwa wie schnell die Justikare die Kontrolle übernommen haben? Waffen und Rüstung wachsen nicht am Boden. Die Justikare haben einen Lieferanten und der ist nicht von der Republik. Könnt ihr mir folgen? Wer ist es? Nicht wirklich. Ich hab keine Zeit für Rätsel. Wo können die Justikare sonst bekommen, was sie brauchen? Wenn die Republik sie nicht beliefert, gibt es ein paar Optionen. Die Exchange, Separatisten, sogar das Imperium. Wer die Waffen hat, hat das Sagen. Der SED muss wissen, woher diese Ausrüstung kommt. Die Justikare kontrollieren ihren eigenen Raumhafen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Buch führen. Ich brauche jemanden, der dort eindringt und mir die Akten bringt. Gibt es einen leiseren Weg? Ihr habt jemanden gefunden? Nein, danke. Mission ablehnen. Den Raumhafen zu stürmen könnte die Justikare Misstrauisch machen. Wenn es einen anderen Weg gäbe, hätte ich schon alles geregelt und wäre nicht mehr hier. Bringt mir diese Akten. Und passt auf, dass ihr nicht den Justikaren in die Arme lauft. Ein neuer Codex-Eintrag. Der Strategische Informationsdienst. Der Strategische Informationsdienst wird auch SID genannt. Wenn ihr mehr über den Strategischen Informationsdienst wissen wollt, einfach auf Pause drücken. Den Codex-Eintrag durchlesen. So, wo geht es jetzt hier noch? Da habe ich doch irgendwas übersehen. Ach da. Gut, das hätten wir erledigt. Ja, also an diesen Bereich kann ich mich erinnern. Hier waren wir drin. Und eigentlich will ich da nicht nochmal rein. Aber ich werde noch drauf warten. Das ist ja noch die gleiche Aufnahme. Ich habe euch ja vorhin die Frage gestellt, ob ich den Auftrag löschen soll. Oder ob ich den nochmal machen sollte. Da bin ich dann mal gespannt, was da so in den Kommentaren steht. Was ihr davon haltet. So. Ah, ist gut. Wie siege Justicaria. Hatte ich nicht neben an dem Gebiet auch irgendwie eine Mission von wegen Justicaria töten? Da waren es glaube ich 15 an der Zahl. Guck mal, hier ist da irgendwo ein Rohstoff wieder. Wieso müssen die sich so verstecken? Ein Dash-Gotthaufen. So, nochmal Schaffikate gucken. Und meinen schwammigen Orientierungssinn ein bisschen auf die Sprünge helfen. Soll ich da nochmal hingehen? Soll ich da nochmal hingehen? Weißes Rauschen. Ja, ich glaube ich muss auch nochmal kurz zu diesem Signalstörer hin. Und da ist wieder ein Schrotthaufen. Was sind die? Die sind gelb. Gut. Die greifen uns nicht an. Hier ist die K-Gebiet. Bevölkerungskontrollzentrum. Also hier wird die Bevölkerung kontrolliert. Interessant. Oh, eine Kiste. Sehr schön. Es ist ja doch nochmal gut, dass ich hierhergegangen bin. Jetzt haben wir diese Kiste, die wir noch ordentlich einsammeln können und die Gegner nicht zu stark sind. So, auf die mach ich mal einen schönen Mörserhagel. Ach du Kacke. Okay, der eine ist schon tot. Oh, oh, oh. Ich muss nicht. Los, Arik. Hilfe nochmal. Und zurück in die Munition. Nein, ich will nicht sterben. Verdammt. Komm schon. Das wird sau eng. Das wird sowas von scheiße eng wie das. Ich muss hier weg. Ich muss er weg. Boah, knapp. Das war echt knapp. Also da gab es jetzt nicht so viele spannende Sachen, aber mal gucken, was hier drin ist. Trommelwirbel und äh, ja. Oh Gott. Ist jetzt nicht so prall, aber immerhin haben wir noch einen Medipack bekommen. Weil wir eins aufgebaut haben, dann sind wir bei plus minus null. Aber erstmal heilen. Und danach werde ich zu dem Signalstörer gehen. Und dann werde ich noch gucken, ob hier noch ein bisschen mehr ist. Ob wir noch was finden können, was für uns von Interesse ist. Achso, der wurde gerade benutzt. So. Ist hier noch irgendwas interessantes? Kisten, Wissensobjekte, Datacons, da müsste ich glaube ich mal nach oben gucken, ob da irgendwelche Geheimgänge sind oder weiß ich was. Was ist das? Ach, da können wir das weiße Rauschen sogar abgeben. Ja, dann machen wir das doch. Dann gehe ich da hin, gebe das ab. Und dann werde ich glaube ich auch erstmal eine Aufnahmepause machen. Denn ich habe jetzt schon ein bisschen länger gespielt. Ich weiß gar nicht wie lange. Ein, zwei Stunden. Nachdem ich aufgestanden bin. Aber wir haben ja Wochenende, deswegen bin ich erst um 11 aufgestanden. Obwohl der Wecker um 7 geklingelt hat. Aber irgendwie kann ich mich dann doch immer nicht aus dem Bett kriegen. Mich dazu überwinden, irgendwie aus dem Bett zu gehen. Wo ist er denn? Ach, da hinten genau. So. Ihr seid zurück. Wenn ich vielleicht erleichtert. Habt ihr alle Geräte platziert? Ja, ich habe es getan. Ich habe es geschafft. Keine Sorge, ich habe eure Arbeit getan. Die Geräte sind alle am rechten Platz. So eine Erleichterung. Ich kann euch gar nicht genug für eure Hilfe danken. Dann wollen wir doch mal sehen, ob sie funktionieren. Sie fahren hoch, synchronisieren und... Es funktioniert! Die Frequenzen sind alle frei. Das ist fantastisch. Freut mich, dass ich helfen konnte. Schafft ihr eure Arbeit jetzt allein? Dann rechnen wir jetzt ab. Könnt ihr jetzt mit der Überwachung fortfahren? Wie? Ach so, ja, auf jeden Fall. Die Luft könnte nicht reiner sein. Hier. Ich kann euch gar nicht genug für eure Hilfe belohnen. Ich werde dem Hauptquartier mitteilen, dass die Störer ausgeschaltet sind. Nochmal danke für eure Hilfe. Ohne euch wäre die Mission ein Desaster geworden. Ja, was würde die Republik auch ohne uns tun? Schwere Rüstung. Ja, die nehmen wir doch mal. Einen schönen Gürtel. Gleich mal ausrüsten. Wo ist er? Da ist er. Gut. Den verkaufen wir nachher. Nochmal einen kleinen Blick auf die Karte werfen. Ach hier, wir vermissen noch ein paar. Ich muss die Karte besiegen. Ach, dann mache ich das auch noch. Dann habe ich hier erstmal alles weg gemacht. Genau, dann habe ich hier alles besiegt. Und dann werde ich die Aufnahme aber wirklich abbrechen. Also nicht abbrechen, aber beenden werde ich sie dann. Und dann werde ich erstmal fürs Essen gehen. Schauspiel. Okay. Ey. Aber ich bin crazy.